Baban Goran ist da, unser Online-Kandidat von YouTube. Aus Bowenden kommst du, Baban? 15 Jahre alt und großer VfL-Wolksburg-Fan und heute ganz glücklich. Ja klar. Christian Fuchs ist dein Gegner, Baban. Und der Christian ist schon ganz gespannt darauf zu sehen, mit was du dich denn bei uns beworben hast. Wir haben ein schönes Video bekommen, wo du über eine große Mauer schießt. Ist das zum Nachbarn rüber oder ist das euer eigenes? Nee, das ist unser eigener Garten. Einmal erst ins Fenster vom Gartenhäuschen und dann in die Mülltonne. Wie oft hast du versucht? Ja, schon öfters. Aber hast du super gemacht. Und der Papa saß mit der Kamera auf dem Dach oder wer hat's gefällt? Nee, das waren meine Brüder. Deine Brüder? Okay, auf dem Dach. Nee, auf dem Balkon. Gut, Glück gehabt. Christian Fuchs, der Profi, beginnt bei uns immer. Und was habe ich vorhin gehört von den Kollegen? Drei, vier bis sieben Treffer war alles drin. Sieben Treffer. Sieben Treffer bei sechs Versuchen. Na los. Gleich weiter? Ja klar, drei unten. Okay. Jawoll. Also, von Abwehrspielerast rein. Babern. Jetzt darfst du. Ja, aber die Taktik ist gar nicht schlecht. Der muss da drüber mitnehmen. Ja, aber die Taktik ist gar nicht schlecht. Der muss da drüber mitnehmen. Christian, oben geht's weiter. Einen hat er schon. Zwei Tore für Christian. Gelernt ist gelernt. Ui. Ja. Jawoll. Okay. So, zwei Tore für Christian. Gelernt ist gelernt. Das war nicht so schlecht. Aber der Babern hat noch alle Möglichkeiten. Kommen wir nicht hinter? Einen Ehrentreffer. Ne, das ist nicht alles. Leider nein. Leider nein. Babern, komm her. Hast dich trotzdem wacker geschlagen. Super. Applaus nochmal für unseren jungen Studiogast.